Nach einer langen sechs Jahren Hauszeit freuen wir uns, unsere Kunden auf RMT wiederzusehen und begrüßen zu dürfen. Die waren keine normalen sechs Jahre, deswegen ist es nach wie vor wichtiger, dass wir mit unseren Kunden unsere Vision und Strategie für die Zukunft austauschen. Wir wissen, dass unsere Branche gerade keinen einfacher Moment, keine einfache Zeit erlebt. Aber wir sind darüber überzeugt, dass es einen positiven Trend für die Zukunft gibt, insbesondere der positiven Beitrag, dass unsere Lösungen an diese Klimakrise und die Energieeffizienz durch automatisierten Sonnenschutz leisten. Deswegen ist es für uns nach wie vor super wichtig, unsere Kunden auf RMT zu treffen. Wir haben viel neu, wir haben viel neu rund um Energieeffizienz, von unseren Solarantriebe RS100 zu unserer komplett neuen Produktpalette im Innensonnenschutz mit Zigbee-Protokoll. Wir haben selbstverständlich neue Ansender wie EMI, die schon ein Design Award gewonnen hat. Und selbstverständlich Schwerpunkt ist bei uns, wie gesagt, dieses Konzept von Sonfi-Klimat. Das heißt, wie unsere Lösungen positiv zum Klimanotstand tragen. Wir wissen, dass der automatisierte Sonnenschutz bis zu 6 Grad Innentemperatursenkung leichten kann während der sommerlichen Hitzewelle. Aber dass durch einen intelligenten Innensonnenschutz im Winter können wir bis zu 30 Prozent Energiekosten einsparen. So, unsere Kunden, unsere Fachpartner sind herzlich willkommen bei uns, um diese Zukunft zusammenzubauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017